hallo und herzlich willkommen zu diablo 3 so ich weiß wo wir das letzte mal aufgehört hatten aber ich habe da ein tor portal gemacht um die sachen zu verkaufen so ja damit wir dann mit leeren taschen was habe ich hier 40 zur geschicklichkeit so damit wir mit leeren taschen natürlich dann weiter den kampf angehen aber ich möchte ich wollte natürlich auch nicht einfach so ob es jetzt habe ich doch so habe ich in intelligenz habe ich nicht so viel intelligenz gerade also gerade bin ich gar nicht intelligent doppeldeutige aussage so aber wir wollen ja kämpfen erst einmal so und ich wollte natürlich das ist nichts ja und ich habe einfach nur das portal gemacht und dann hierher zu kommen mehr habe ich nicht gemacht ihr habt nichts verpasst so naja naja ob sie sicher ist die andere frage sicherer weiß ich nicht so ist ein paar kleine hier das war's das ging ja schneller als ich dachte ihr luschen hier ich hatte mit mehr widerstand erwartet ich hatte mich erschrocken jetzt so blöd ist die duft ich brauche mehr Arkan-Kraft ich habe zu langen nein und tschüss so Dämon wo du 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 tschüss hinunter mit dir boah hat der mich erschrocken ey die müssen irgendwelche warninweise auf dem packung schreiben Nicht für Ärzte schwache Menschen geeignet. Boah. Okay. Ja, 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 ja. Oh, und wo sind denn die die Rekruten? Ach, dahinter sind sie. Oh, oh. So, komm, schaut. Das möchte ich haben. So, das ist der Zweite und das ist der Dritte. Jetzt müssen wir die einfach nur beschützen. So, verschwindet. Verschwindet. Da kommt bestimmt am Ende so wieder so ein Riese. Seh ich schon. Bam. Was wollt ihr denn? So. Und stirbt. Ich brauche Arcan-Kraft. Ölenschwiehe durch. Oh, oh. Geht weg. Ist ja super. Es hat einen erwischt. So, weg. Also, ein Gatterpult aufgezogen. Stopp. Ich habe die Schnauze voll. Die Feuer sind angezündet. Die Katapulte schießen auf das Schlachtfeld. Vielleicht lässt sich die Bastion ja doch halten. Ihr habt uns Hoffnung gegeben. Danke. Ja klar, machen wir gerne. Ups. Das machen wir doch gerne. Wir müssen die sowieso alle loswerden. Das war jetzt... Was passiert, wenn ich da gleich da drauf losgerannt werde? Würde ich jetzt mitfallen? Frage, lieber Frage. So, was ist denn hier? Oh nein. So schnell wir wirklich loswerden. Und auch euch möchte ich loswerden. Oh. Das Licht wird stärker. Ja. Oh. Mann, oh Mann, ey. Stopp. Ich sammle mich gerade erst auf. Naja. Nicht übertreiben. Nicht so angeben. Ja. Und jetzt. Den müssen wir loswerden. Ich auch. So. Und tschüss. Gold. Gold ohne Ende. Gold ist gut. Oh. So. Jetzt mal kurz hier hoch. Und das war's. Was war denn das? So. Das Öl. Gut. Das heißt, dann weiter geht's. Wir müssen ja nur zwei Aufzüge. Beziehungsweise Katapulte. Aufbringen. Komm. Da ist bestimmt der nächste. So. Bevor wir mit... Wer macht da meinen Templer zu schaffen? Okay. Leute, nun dabei. Was ist denn los? Wir müssen berichten, dass jeden Augenblick mehr dieser verdammten dämonischen Höllenbringer hier eintreffen werden. Die Soldaten müssen geschützt werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Gut. Also wie bei der ersten Plattform. Einfach nur aufpassen, dass die am Leben bleiben. Okay. Holy Spam. Stop. 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 Das wird schwierig. Ihr müsst einfach nur am Leben bleiben. Ihr müsst einfach nur am Leben bleiben. Oh, oh, der da. Stört. Juhu, wir haben es geschafft. So, und jetzt müsst ihr weg. Das krieg ich mal weg, so. Ja, hinunter mit euch. So. Was schreckt denn da? Er ist da noch unzufrieden. Ach, ihr. Und tschüss. Hi. Wiedersehen. Da ist auch noch ein Riese dahinter. Müssen wir den ausschauen. Ja, klar. Können wir jetzt endlich mit den Katapulten auf die Dämonen feuern. Die Soldaten da draußen haben jetzt eine Chance. Ja, klar doch. Mach das doch. So. Und wir machen weiter. Und wir wollen hier alles zerstören. Stirbt, stirbt, stirbt. Bitte, lasst sie mich nicht finden. Stopp. Ja, ich sehe den lieb. Prophet der Gefallenen. Das sind die Leute eben auch. Was war das? Was fällt euch denn ein? Auf keinen Fall. Ich bin verwundet. Das war jetzt aber knapp. Oh, das war jetzt aber knapp. Ist der tot? Gibt es doch gar nicht. So, Moment. Moment. Ich bin gerade ein bisschen baff. Ich überlege gerade ein bisschen, was passiert jetzt. Hey, was fällt dir ein? Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Ihr seid kein Feigling. Ich habe solche Angst. Wie sollen wir gegen diese Kreaturen kämpfen? Oh, du Schweine. Ich schmeiß dich gleich da runter. Du feige Sau, du. Ich schmeiß dich gleich da runter. Nee, wenn du runterfährst, bist du tot. Nein. Oh. Ich würde dich irgendwo einsperren und jeder darf mal dran. Was für eine feige Sau, ey. So, nimm dir ein Beispiel an die Dämonen. Die wissen ganz genau, dass sie sterben. Trotzdem greifen sie an. Ja, du auch. Muss nicht einfach süchtig sein. Jeder kriegt etwas. Wir haben genug dabei. Ja, da können wir ihn reinschmeißen. Nicht in das Loch in der Höhe, weil dann ist er wieder zu schnell tot. Aber das Höhe vielleicht dann mal anschmeißen, während der Tränenort. Und ich sehe schon, ich muss hier eine kleine Aufnahmepause machen. Dann ist der Position hier günstig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dort hin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.